Bitcoin steht kurz vor einem extrem wichtigen Breakout, währenddessen die US-Märkte bei den Spot ETFs eigentlich ganz gut aussehen. Wir werden zusätzlich jetzt doch noch Neuerungen bei den asiatischen ETFs sehen könnten. Zusätzlich werden wir uns natürlich einige On-Chain-Daten und Exchange-Daten anschauen, um wirklich zu wissen, was die wichtigsten Dinge aktuell für den Bitcoin-Preis sind und werden danach natürlich nochmal in die Charts reinspringen. Dabei werden wir uns natürlich den Date-Chart anschauen, denn hier könnte ein wichtiges Breakout bei Bitcoin jetzt gerade stattfinden. Wenn euch das Ganze gefällt, dann lasst doch gerne mal ein Like auf dieses Video da oder schreibt mir in die Kommentare, was ihr denkt, was Bitcoin jetzt als nächstes tun wird und natürlich jetzt auch dazu, was ihr jetzt von den möglichen Änderungen im asiatischen Markt zu den Bitcoin-Spot ETFs denkt, denn das könnte natürlich auch nochmal sehr interessant werden. Für all die Neu hier sind natürlich auch gerne abonnieren, die Glocke aktivieren, da seid ihr jeden Tag up to date, was im Cryptospace aktuell so wichtig ist für eure Trading-Analysen und wir Livestream auch öfter mal und so weiter und so fort, also es lohnt sich auf jeden Fall für euch, würde ich sagen. Und damit starten wir auch sofort rein. Als allererstes sprechen wir mal über die News und zwar ist das hier ein kleines Gerücht, was von einem Managing-Partner einer Schweizer Finanzgruppe ins Leben gerufen wurde im Endeffekt und zwar hat dieser gesagt, dass es sein könnte, dass für Investoren vom chinesischen Festland die Hongkongs Bitcoin-Spot ETFs gegebenenfalls geöffnet werden könnten. Das heißt, dass dann sozusagen über Stock Connect, das ist so eine Verbindungsstelle im Endeffekt, dass die halt dann Zugang darauf bekommen auf diese Finanzprodukte und dann könnte es eben sein, dass ganz Festland China auch noch Bitcoin kaufen könnte, also über diese Spot ETFs. Das wäre natürlich eine extrem interessante Entwicklung, gerade weil natürlich die chinesische Wirtschaft mit der Immobilienkrise aktuell am schwächeln ist und auch Gold in letzter Zeit sehr gefragt war, könnte das natürlich nochmal ein sehr, sehr guter zusätzlicher bullischer Punkt für Bitcoin sein, wenn hier die Nachfrage nochmal ansteigen würde, wenn dieses Gerücht sich jetzt wirklich bewahrheiten sollte und Festland China Zugang zu den Spot ETFs bekommen sollte. Jetzt aber erstmal vielleicht zu den relevantesten Spot ETFs und zwar den US-Spot ETFs und diese haben jetzt einen zweiten Tag Inflows gesehen und zwar mit der Besonderheit, dass wir die ersten zwei Tage erstmal keine Outflows von GBTC, also von Grayscale gesehen haben, was natürlich für uns bedeutet, dass ein Großteil des gesamten Kaufdrucks jetzt erstmal potenziell vorüber sein könnte. Grayscale hat ja mehr oder weniger knapp 50% von den Bitcoin, die insgesamt von den Spot ETFs gekauft wurden, verkauft und wenn diese jetzt natürlich aufhören würden zu verkaufen, könnte diese Netto-Statistik hier, die von allen Spot ETFs zusammen ist, natürlich auch nochmal hier viel länger, grüner sein, weil zu diesen Zeiten, wo wir hier, sag ich mal, diese langen grünen Zeiten hatten, hatten wir trotzdem sehr große Abverkäufe bei Grayscale und auch diese Abverkäufe hier, die wir jetzt in den letzten Wochen hatten, waren hauptsächlich durch Grayscale bedingt. Das heißt, einmal haben wir die positive Entwicklung im asiatischen Raum, dann haben wir noch die positive Entwicklung im US-Märkt. Das heißt, von den institutionellen Investoren sieht es aktuell eigentlich erstmal sehr gut aus. Wenn wir auf die Liquidation Heatmap schauen, können wir hier auch ganz klar sehen, dass wir jetzt zumindest auf den kleineren Timeframes hier im 3-Monats-Chart doch erstmal ein ganzes Stück Abstand von unserem unteren Liquidierungszonen, die wir jetzt länger aufgebaut hatten, genommen haben, was natürlich erstmal sehr gut ist. Und auch gerade auf dem One-Monthly-Timeframe sehen wir auch deutlich, dass über uns jetzt doch wieder deutlich mehr Liquidierungen, zumindest auf den kürzeren Zeiträumen liegen, als unter uns. Was natürlich auch wieder dafür sprechen könnte, dass wir jetzt für die Market Makers erstmal etwas einfacher hätten, vielleicht nochmal eine größere Bewegung nach oben zu sehen. Und gerade das könnte sich sehr positiv auf die Charts auswirken. Das heißt, auch hier sieht es eigentlich aktuell für Bitcoin nicht sonderlich schlecht aus. Dann schauen wir mal in die Exchange-Staaten rein. Hier haben wir ja gesehen, wir hatten jetzt mal kurzfristig hier wirklich negative Funding-Fees. Jetzt sind sie aber schon wieder eine ganze Zeit wieder hier positiv. Seitwärts mehr oder weniger hier bei den 63.000, 64.000 konsolidieren. Das ist eigentlich nichts Ungewöhnliches. Und zeigt aber auch natürlich, dass insgesamt auch die Trader aktuell wieder relativ bullish gestimmt sind. Was jetzt meiner Meinung nach noch nicht so top ist, ist hier, dass das CVD-Spot doch extrem flach ist. Denn, wenn wir uns gleich mal die Charts anschauen, da warten wir eigentlich so gesehen gerade auf den Breakout. Und da wäre es natürlich sehr gut, wenn der CVD-Spot hier vielleicht schon ein bisschen ansteigen würde und wir dann sozusagen nur noch zeitlich auf unser Breakout wirklich warten. Das sieht aktuell noch nicht unbedingt so aus. Das wäre aber auch eigentlich das Einzige, was jetzt aktuell noch nicht so richtig gut aussieht. Wenn wir jetzt mal in die Charts reinschauen. Liam hat sich ja gestern schon einen Weekly-Chart mit euch angeschaut. Da sieht es noch ein bisschen offen aus. Wenn wir jetzt hier mal den Daily-Chart mit den neuen Daily-Candle uns anschauen, sehen wir hier ganz klar, ja, wir haben hier erstmal einen guten Bounce gesehen. Daily-Kerze gestern hat natürlich hier mit knapp 1,3% schon relativ negativ geschlossen. Trotz alledem befinden wir uns hier einfach noch relativ deutlich in unserer kleinen Konsolidierungszone. Wir hatten ja jetzt schon seit mehreren, ja eigentlich seit den Livestreams hier schon, dieses Falling Wedge angesprochen, was jetzt potenziell hier natürlich nach oben gerade am Ausbrechen ist. Wir befinden uns hier in so einer kleinen Side-Best-Konsolidierung und ich denke, es wird jetzt extrem essentiell, ob wir hier ja im Endeffekt die 64.500 Dollar oder 650 Dollar eher nach oben hin verlassen oder ob wir hier eben unter die 62.800 Dollar fallen. Da wird sich so ein bisschen meiner Meinung nach entscheiden, auch gerade wenn wir auf die kleineren Teil von Firmen springen, ob wir es eben schaffen werden, dieses große Falling Wedge dann eben hier nach unten auszubrechen und sozusagen dann hier einen bestätigten Breakout haben. Wir haben jetzt hier schön zwei Retests gesehen, müssen jetzt sozusagen nur noch hier über den vorherigen Hochpunkt raus und dann werden wir hier sozusagen erfolgreich ausgebrochen oder ob wir es eben nicht schaffen, hier einen erfolgreichen Retest zu starten und sozusagen jetzt hier nochmal unter unsere Trendlinie fallen und damit sozusagen dann hier ein Fake-Out nach oben gehabt hätten, was natürlich erstmal dafür sprechen würde, dass wir potenziell nochmal etwas mehr Downside sehen würden, also hier in Richtung der 58.600 ungefähr. Ja, ich denke zusätzlich ehrlich gesagt auch, dass gerade diese Konsolidierungszone jetzt hier das hauptsächlich entscheidende Kriterium sein wird, denn Liam hat zwar schon richtig gesagt, auf dem Weekly-Timeframe haben wir die EMA-Ribbons jetzt nochmal kurz von oben angetestet, aber auf dem Daily-Timeframe sieht es aktuell so aus, als würden die EMA-Ribbons hier fast schon negativ flippen und wir befinden uns noch etwas unter den EMA-Ribbons. Das heißt, wenn wir jetzt hier beim Day-Close nicht nochmal über die EMA-Ribbons ordentlich drüber kommen, würde es für mich auch so ein bisschen so aussehen, als hätten wir jetzt hier vielleicht nochmal ein Fake-Out gesehen und würden jetzt hier von den EMA-Ribbons rejected werden und könnten dann hier potenziell auch wirklich nachhaltig unsere Konsolidierung, die wir ja ganz deutlich hier in diesem ganzen Bereich jetzt zwei Monate lang gesehen haben, nach unten verlassen, was auf jeden Fall sehr, sehr schlecht wäre. Das heißt, es ist aktuell extrem wichtig, in welche Richtung wir jetzt hier in den nächsten 24, 48 Stunden unsere Konsolidierung verlassen werden. Weil auch wenn wir beispielsweise mal hier kurz ein bisschen vielleicht aufräumen, aber das Falling-Redge mal ausblenden und auch unsere Volume-Zones einblenden, sehen wir eigentlich sehr schön, finde ich, dass wir hier, wie gesagt, eine sehr große Konsolidierung hatten, jetzt eben diesen Breakout-Versuch nach unten gesehen haben und jetzt ist eben die Frage, schaffen wir es jetzt hier wirklich nachhaltig wieder in unsere Konsolidierung reinzukommen oder war das vielleicht eben doch nur dann eine größere, ausführlichere Retest von unten und wir verlassen die ganze Konsolidierung wieder nach unten, was für mich ebenfalls, wie gesagt, dafür sprechen würde, dass wir potenziell hier nochmal eine größere Korrektur dann auch in Richtung der 52.000er-Bereiche sehen könnten. Das heißt, ich warte aktuell hier wirklich auf einen Breakout außerhalb dieser Konsolidierungszone zwischen den, wie gesagt, 64.680 und 62.830 Dollar. Vorher würde ich auch noch keinen neuen Trade eröffnen. Wenn wir jetzt ein erfolgreiches Breakout hier raus sehen, vielleicht sogar noch mit einem schönen Retest, wäre das natürlich optimal, dann könnte man natürlich das Ganze hier auch als sehr schöne Trade-Möglichkeit sehen, denn, wie gesagt, meiner Meinung nach die Wahrscheinlichkeit relativ hoch, dass wir dann erstmal die Richtung uns etwas weiter bewegen, sobald wir hier aus dieser kleinen Konsolidierung ausgebrochen sind. Wir sind gerade natürlich, muss man aber auch sagen, nach oben, weil wir natürlich eben dieses große Falling Wedge hätten, was dann eben hier sozusagen ein bestätigtes Breakout hätte. Wenn ihr das Ganze traden wollt oder eher am Traden seid, könnt ihr gerne auch mal runter in die Beschreibung gehen und euch hier auf Levex anmelden über unseren Affiliate-Link, dann kriegt ihr nochmal Zugang zu unserem Trading-Tournament, da könnt ihr bis zu 600 Dollar alleine gewinnen, insgesamt knapp 1.500 Dollar Leaderboard-Prices und unterstützt natürlich diesen Kanal, dass wir weiter diesen gratis Content für euch täglich zur Verfügung stellen können. Wenn ihr hier generell euch mal am Trading beschäftigen wollt und euch vielleicht mal Levex anschauen wollt, könnt ihr auch gerne mal einfach in dieses Tutorial hier reinschauen, erster Link in der Videobeschreibung, da wird das Ganze nochmal etwas genauer erklärt, was für Vorteile ihr habt und so weiter und so fort, wenn ihr unseren Link benutzt. Lasst unbedingt mal ein Like auf dieses Video da, unterstützt diesen Kanal hier und schreibt mir gerne mal in die Kommentare, ob ihr denkt, dass wir diese Konsolidierungszone hier nach oben oder nach unten verlassen werden. Ich freue mich auf jeden Fall, mit euch in den Kommentaren zu diskutieren und sonst würde ich sagen, sehen wir uns morgen wieder. Ciao, ciao.